hallo und herzlich willkommen bei no man sky ich hoffe ihr seid da gut ins wochenende gestartet und wie ihr seht bin ich da irgendwo ganz anders mir ist da noch ein vorfall passiert bei der aufnahme meines videos war es so dass ich das aufgenommen habe ich wollte das video schneiden und dann habe ich gesehen dass mir nur immer ein standbild aufgenommen hat was natürlich nicht zu ideal ist und ja ich weiß jetzt selber nicht wo ich genau bin und was gerade die aufgabe ist also wir haben hier einmal die ja ihr seht ich habe da schon etwas anderes noch erforscht was ich das gesehen habe ich war einmal noch mit meinem kollege da drin im spiel wollte das zeigen hat er mir auch ein bisschen internetprobleme und ihr seht aber ich habe hier allein im mitten im stern noch alles offen etc und was ich auch noch habe ist folgendes ich muss schauen was da vor mir ist gut was gibt es hier vom material her habe ich jetzt auch noch nie gesehen sieht interessant aus die richtung ok hat es sonst noch sachen hier silber silber auch die schlecht der hitzenwarnung gut was ich da noch da ist schön grün aber das war gold das war das hier der grünen zeugtuch oder das war das hier der grünen zeugtuch oder wir nehmen das hier noch mal schnell mit hier das war silber ok gut was haben wir hier noch die raumstation die fliege ich war noch schnell an weil den punkt habe ich noch nicht dann haben wir den auch noch schnell bei mir drin wie gesagt ich habe momentan voll den überblick verloren aber das wird ja bald wieder kommen auf dem planet hier kommt vor gold kobalt und gleich sind wir an der raumstation dann kann ich auch wieder teleportieren etc weil da war ich jetzt noch nicht ich glaube ich war noch nicht da einmal schnell hier rein gut da haben wir mal den wiederherstellungspunkt dann gehen wir schnell hier rauf was ist die falsche seite sicher noch die falsche seite ne hier ist einmal den händler was hast du so ein angebot was habe ich überhaupt momentan befragen was zum verkauf steht ja komm hast du nix hast du nix hast du nix ok alten schrock kaufen so das war's verkaufen möchte ich momentan gerade nichts verdächtiges becken schmuggelware ok hast du auch normale sachen was habe ich denn da so zum verkaufen wo habe ich den her nachfragen minuten 3,3 ok das ist jetzt auch nicht so toll geborgene daten möchte ich selber haben gut wie sitzt dann raus hier wie sitzt da von meinem inventar marschel aus anzug ist relativ voll schiff ja es geht ein bisschen ne gehen wir schon hier entlang und dann gehen wir hier ich möchte hier einmal reingehen und dann mal schnell rüber transportieren navigationsdaten ok ups ne das war falsch ex anzug und das brauche ich selber den können wir mal noch rüber schieben einfach kuba kann doch auch mal rüber dann schauen wir mal was wir hier an noch aufladen müssen ja wir machen wir mal noch hoch den hier rauf wie sieht es hier aus gut ist alles bei 100% dann gehen wir hier noch was raus und dann möchte ich gleich da noch etwas verwenden und zwar habe ich ja noch die hier wo war das ne beim exo anzug kann ich die ja verlassenes gebäude entdeckt wir gehen noch was hier nach unten ne das anders sorry ups da gehen wir auf diesem planeten habe ich auch schon entdeckt wir gehen zum verlassenen gebäude schauen das hier mal kurz an und einmal den bus noch ja zwölf minuten sind es und ist schon die große raketenrohre müssen wir auch mal noch installieren installieren sie für einen bonus ja weg schauen wir auch noch an dass wir das installieren naja ich halte jetzt nicht an ich habe schon angst die greifen mich dann wieder an oder so planet ukuekama ja wo ist das hier ein lava oder ja einmal landen ja gut also brauche ich sonst den dinks habe ich ja noch den falschen drin ja jetzt passt es mit ziel erreicht ja bin da ah das sind doch die blöden ja 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 oder war das letzte mal wo ich da so im kampf war aber ich dachte schon das ist ein tier einmal hier rein platzieren das hier rein gut gut ich lese jetzt da nicht zu lange weil das geht mir immer so relativ lange aber wir tun das datenpaket analysen äh analysieren das haben wir hier noch ja ja hier rein hier rein natrium nehmen wir auch ja von hier kam ich ups ne nicht raus geh rein ich dachte schon da steht wieder einer nicht genau genau nach corners Ah gut, das ist ja sonst nur ein Typ gewesen Da ist ein Viecher da hinten Okay Nehmen wir mit Oh, schaut mal, wie viele rote Dinger ich hier oben habe Auf dem Kompass Da komme ich nicht durch Da auch nicht Wir werden wieder einmal Ja, ja Oh, hier war doch noch etwas Ne, okay, noch einmal durch So Und das haben wir noch nicht Hier ist ja alles rot Ah, das sind die hier Hier muss ich jetzt die alle defekt machen Das kann natürlich sein, ne Dass das vielleicht die Aufgabe ist hier Ich gehe schon mal hier rein Und platziere mich da mal so Ja, das hatte mir schon mal So, den Kampf da Aber ich weiß nicht, ob ich da Letztes Mal alles fertig gemacht habe Oder noch nicht Ich hoffe, das Wetter Greif mich da nicht an Wenn ich hier drin bin 19 Grad Das ist ja alles gut Das passt Oh, da ist er ja Der Schwamm löst sich auf Gut Ja, da ist gleich der extreme Sturm, ne Nicht so toll Und da kann ich trotzdem Diese Zeit mal noch hier Weitermachen Da kommen die nicht mehr, oder was Ah, da ist er ja gut ist andere dahinten ist sich schon wieder auf der schlechte wetter ist auch noch draußen es geht noch nicht ganz gut wieder rein an die wärme da sind es noch zwei eier glaube ich wo ist er hin? dahinten irgendwo und da unten ist gleich einer der ist weg ja komm lös sich wieder auf gut hier nochmals eins oder was ja ja komm hier rein das ist ja mich so getroffen oder was schön wetter könnte mal sein hier grauenhaft aber gut jetzt sehen ich ja nicht so groß viel leben ab okay ... Musik ... ... löst sich auch auf ... ... dann sollten wir jetzt ... ... noch einen haben ... ... ne es sind noch zwei ... ... drei ... ... oder es sind noch so viele ... 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 Ist die schon auf? Gut. Ist jetzt nur einer. Der hier. Gut. Die kann ich ja gleich von hier nehmen. Als habe ich gleich zwei Eier. Das sind gerade ein paar hier. Ja, der kann sich schon auflösen. Ich will gleich das nächste. Gut, dann hätten wir bald die Schwärme da gemacht. Oh, nicht schon wieder. Da wird der Warnung da. Aha. Hier noch. Ja, wie viel sind denn das noch? Wollt ihr mich da höchst nehmen oder was? Nee. Kann ich da auch G nehmen und... Wo ist denn der Eingang? Ja, da ist jetzt weiter, ne? Oh, ja, ich mache die, glaube ich, noch fertig. Und dann werde ich mich wieder zuschalten. Und dann schauen wir, was da als Belohnung gegeben hat. Also, bis morgen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020